Herzlich Willkommen zurück zu We Happy Few. Also lange das Ding nicht losgeht. Also lange das Ding. Was ist das hier? Was leuchtet hier? Hä? Ich glaube das ist so nicht gewollt gewesen, oder? Ähm. Wo sind wir denn hier? Auf einer anderen Insel jetzt, ne? Könnten wir eventuell hier mal endlich einen Unterschlupf finden? Den bräuchte ich mal ganz dringend. Ach, Schnauze da. Was? Geht bei denen, ne? Pack schlägt sich, Pack verdreht sich. Warte mal, jetzt habe ich ja diese anständigen Anzug wieder an, ne? Ah, solange die mir nichts machen. Du bist noch gesünder. Ne. Will ich mir auf alle Fälle auch holen. Dass ich mehr aushalte. Falls ich es wieder zu vergeigen tu. Röhrenventil? Hm. Ja, lass dich nicht roten. Oh, lieber Salaun. Wieso hättest du uns selbst? Hm. We keep fucking up! Don't worry, Roger. I'm going to fix it, because that's what I do, apparently. I'm fucked. We're both fucked. The Professor's gonna kill us. She's gonna tell them to send us away. I'm always mucking things up for her, and Roger's worse. He breaks everything. The Professor's gonna send us both away. Can you get us a new valve? I'd let you use the Professor's lab. Oh, it's brilliant. Dr. Faraday's a woman? It never even occurred to me he'd be a woman. And she has... houseboys. Would you like this? Oh, brilliant! Oh, this is perfect! Thank you! You've saved us. Look, go on in. The lab's brilliant. Roger will give you a hug. A dead heart. Maybe the Professor can help you, too. Oh, damn. Oh, my God! Oh, thank you! Oh, it's OK. Where's the sandwich? Digo! Roger! I asked it for my sandwich, 45 minutes. Still waiting for my sandwich. I don't hear anything dude in James! Rogers! Stop fucking up James! ich habe jetzt das habe ich jetzt nicht verschwendet so wir machen die heilbalsam ich glaube da habe ich wieder ein bisschen was verbraucht wir haben ja nur Punkte Stichwaffen es tut mir leid irgendwie gehe ich doch lieber mal mit auf Kampf weil das ist ja ich habe es ja irgendwie nicht so mit dem Geschleih hier wasche durchsdrucken ist ja nicht so dass das noch brennen ach so müssen wir die scheiße da hat ja nichts dagegen ich knacke eben kurz ins Schloss und klaut die Sachen da raus es sollte schnell abstehen ich denke die Grabungsstelle entdeckt alles klar im Haus was kann man denn mit den leeren Spritzen noch machen wir kriegen bestimmt da noch was für warum war immer der Johannesbender als drinnen alles klar im Haus ja alles ja 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 Why don't we speak Latin? Because it's 1946 and the Rowling's left Britain in 450 AD. I can't hear you. Why do you want to speak Latin? You always... You always... You always know. You always know. You always know. You always know. You always know what each... You always know what each word means when it comes out. Impedimenta, the baggage. Impedimentorum, of the baggage. And impedimentis, to the baggage. So it doesn't matter what all you say things? Yes. So long as you're talking about baggage. What? No, Arthur, I'm talking about... Oh, fuck off. Why are you learning Latin anyway? You still have trouble with English. I can see it in my head. You make the words by sticking endings on them. Well, that seems like an awful lot of effort. When you learn German, when, when you learn German, when you... I don't want to learn German. You just have to stick the right ending onto the word. I don't want to learn German. It's very good language. It has very strict rules. Imagine my surprise. Why is this here not everything up? I think so, as if I didn't see it. Great. Wow. You just take your joy immediately. You just take your joy immediately. Oh, hello. You're not James and Roger. Did the executive committee send you? No, no, I, uh... These chaps, they're trying to open the bridge to St. George. What a coincidence. I can't open my own door either. What do you mean? You're locked in? What did you do? I told the executive committee I wasn't going to make any more spankers. Or gates. Or clever locks. Or peepers. Or jubilators. Those are all my designs, you know. They can do that. And no, I don't work for them. Ah. Then you're rather brilliant to have got in, aren't you? Please, will you let me out? Hmm. How? I don't suppose you see a large red button on that side that says, Open the cage? There is a button, but it doesn't say that. Ugh. I was afraid of that. They don't trust those boys out there. I can't say I blame them. I can't trust them not to set themselves on fire. All right. Maybe you can still help me. I was sort of hoping you could tell me how to fix the bridge to St. George. I can. But not till I get out of here. So, I'll need a few things from you. Fair enough? Uh, sure. Brilliant. I need a bucket full of motiline. According to the pressure control grid, there's air in the pipes here. That usually means a leak. Here, take this vacuum. You can keep it afterwards. I don't plan to be anywhere near here. You can take your joy. Wieso immer dieses behinderte Troll, ja? Der Yoko. Okay. So. Dann... Einmal gegen... Siehst du eine... Die Pfütze noch sauber im Wald ist? Ist das hier dem Haus verschüttet? Und er dreht fleißig und dreht fleißig. Und sie hier draußen besorgen? Und sie ist so großartig wie Sally und so schrecklich. Oder sie ist komplett verrückt. Es war schon, dass du nicht schreckliche Geräte machen musst, wenn du nicht willst. Wann hat das geändert? Was schnallt sich? Ich hab keinen Zeit für euch. Wenn wir beginnen, bitte hör bitte ein persönlicher Nachrichten. Ihr seid doch alle fertig. Ah, der lässt sich verprügeln. Find ich auch gut. Was ist denn los? Oh, weiter mag ich hier, wenn du ernst rein? Nicht... Das, was ich erhofft habe. Alter, wie viele Flaschen habe ich denn? Oh, aber es funktioniert. Das hat jetzt was gebracht. Das ist mir irgendwie bekannt vor. Ah, die brauchten wir sogar. Das ist ja, als wenn hier irgendwer schocken tut. Zinnischer Balsam. Und Scotch, nehm ich mal mit. Nein. Die Ziele waren unnütz. Keine Ahnung. Ich glaube, das sind immer die Luken. Aber ich habe eigentlich auch gehofft, dass hier eine Luke drin ist. Nooo. Der Revenge! Ja. Solange sie die Prügel hin, ist mir das egal. Tja, da musst du jetzt mit fertig werden. Ich werde mich ja noch zufrieden geben, wenn ich hier irgendwo mal ein Hundbett hätte. Ich habe Nachteile, und das wäre nicht schön. Muss da irgendwo... Ja, komm, ich habe keine Zeit jetzt für euch. Geht mir dann hier alle auf den Sack. Ja, jetzt sind sie alle in der Mähre. Würde ja nur so einen scheiß Unterschlupf haben. Alter, wie groß ist das denn hier? Ja, hol die Scheiße. Komm, da drüben vielleicht? Ja, natürlich. Warte mal, kann das sein, dass es vielleicht... Ich habe einen zerrissenen Anzug jetzt mal. Also, bestimmte Anstände geht da weg, ne? Ja. Die dann nicht mehr auf mich losgehen? Doch, also bei denen ist das egal. Ja. Ich habe gedacht, diese Verstecke würden mehr irgendwie sein, aber anscheinend habe ich mich da getäuscht. Da komme ich da nicht rein. So, nichts drinne. Was denn da hinten? Kleinen Stein kommt mir nicht drüber. Ich bin weg. Was haben die Probleme mit meinem Scudder? Das ist viel zu viel, Leute. Wenn ich jetzt noch was wieder gemacht habe. Ja, der Dinko. Ich gebe es auch, hier ist nichts. Da außer jetzt. Da gehen wir mal unser Ziel. Wir müssen dringendst. Dringendst schlafen. Ich sollte gucken, dass ich mir echt nicht mehr hauen. Das ist unnütz, weil das verbraucht. Schön Ressourcen, die wir so nicht so in Massen haben. Das ist ja ein Paradies. Ja, ja. Das hier noch. Mach mich ja langsam dahin auf den Weg. Ich muss halt gut vorbereitet sein. Das Lächel da vorne schon wieder komisch ist. Irgendwelches Gift, ne? Da oben ist das Licht an. Das sind bestimmt diese komischen Wachpfutzen. Obwohl ich da trotzdem gerne mal gucken würde. Obwohl, ne, wir gehen lieber weiter. Wir sind mir zu viele von diesen Gestörten. Ich glaube, die klappt, seid ihr hoffen. Ja. Ich weiß auch, was wir ablegen können. Ich glaube, da habt ihr zu viele. Warte mal, hinter welchen Kategorien waren das? Hier, ne? Ähm, nein. Da auch nicht. Da. Weil, wir haben viel zu viele Flaschen. So. Jetzt hat man hier eine schöne Flaschensammlung. Hä? Findet den Mörder. Achso, die. Ja, guck dich mal um. Depp. Die merke auch nicht, dass ihre Kollegen da zu schlagen werden. Warum verbrauche ich immer... Oh, das hat aber gegen den Schlaf geholfen. Hm. Essen. Was war mit Essen? Naja, das brauchen wir nicht. Aber wir haben die Ermüdung ein bisschen weg. Das ist schon mal gut. Dann habe ich den ja doch nicht gewastet. Ich glaube, ich bin bestimmt da in der Scheiße vorbeigelaufen. Was ist denn hier eine Krabungsstelle? Oh, komm, du packrat. Ja, wir können mal das ganze Schiss hier rausschmeißen, was wieso schon halb kaputt ist. Und wir haben nämlich mehr Platz. Tada! So. 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 Oh, oh, oh. Ich möchte jetzt nicht umnötig in Kämpfe verwickelt werden. Ich versuche jetzt zu telefonieren. Oh, die haben sich zwar nett hier eingerichtet. Oh, das ist schon wieder stehlen hier. Achso. Es sind noch welche, die klar im Kopf sind. Nein, 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 nein. Er verbrügelte die Mauer. Weit gegen Mauern. Das haben wir immer gern. Dann haben wir uns wieder zwei Zettel. Ich verbrügelte die Mauer nicht mehr. Das ist wieder so ein Blubberkopf. Ob das Teil tagsüber nicht ist? Ja. Das, too, shall pass, I suppose. Don't go out in people's boxes just because they're not looking right. Nein! Naja, mich können sie ja nicht suchen. Jetzt sind sie böse geworden. Das ist mir aber scheißegal, ich hab geschlafen ey. Was seid ihr jetzt alle richtig im Kopf? Hier laufen wir auch nichts frei hier rum. Kneifen wir euch in die Backe. Sagt sie auch noch dazu. Du bist aber groß geworden. Weil ich nicht hier schon mal drin bin. Ich bin im Kreis gelaufen. Ist aber schwer was los, Leute, wa? Schnauze sing hier nicht rum. Hm. Jetzt hier musst du irgendwo. Das stimmt so. Junge Frau, könnten sie bitte weiter gehen? Ich glaube, da kann man nicht einfach so reingehen. Ich hab meine Gasmaske nicht mit. Ich weiß, mein Leben geht runter. Gut. Das haben wir. Haben wir uns zwar ein bisschen Verletzung reingezogen. Egal. Egal. Die Zeug nicht mehr mit. Achso. Gut. 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 Ich hab zwar den Part jetzt nicht meinen kleinen Bunker gefunden. Aber ich hoffe, wir werden es finden wir im nächsten Part. Gut. Ich hoffe, euch hat der Part trotzdem gefallen. Bewertung, Kommentare, würden wir uns drüber freuen. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann und ciao. Ciao. Ciao ja.